Moin Moin meine lieben Puderquasten und herzlich Willkommen zurück zu Stranded Deep Ist doch noch nicht so lange her, die letzte Session. Irgendwie hat es mich im Moment angetan, weil ich habe ein Motorboot. Und jetzt kann ich ja rundmotor-motor-motor-isieren, schönes Wort. Sollte ich mir merken. Ähm, ja. Wir, haben wir überhaupt noch was in den Taschen? Nö, wir haben schon alles leer gemacht. Ich glaube, ich wollte direkt wieder da rüber setzen. Ich glaube, das mache ich mal ganz schnell. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Ähm, wir brauchen halt immer noch das blöde Messer. Ähm, ich schmeiß mal ganz kurz eben den Motor an. Jetzt bin ich ja flüsterleise. So. Ich glaube, ich palle, ich stelle mir das gleich einfach mal ganz unterwegs. Wieder hinten wieder da Asche, oder? Auf zum Atem. Welche möchte ich denn jetzt nehmen? Wie sehen hier, wie alle so weit aus? Ich speichere lieber gerade mal eben schnell. Nicht, dass ich das direkt jetzt wieder versehe. Süße. 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 Okay, super bien. Ich glaube, ich fahre mal zu denen sogar. Ich hoffe, dass ich da immer noch rankommen. So will ich auch nicht laut. Flüstern? Leise könnte man ja sagen. Okay, weil dieser Pegel hat sich, ja, hängt auf jeden Fall gut fest. Ich weiß ja nicht mehr, ob er wirklich schneller sind. Ja, auf jeden Fall müssen wir nicht viel packen, denn das steht schon am besten. Irgendwie einfach nur wehdrücken ist ja auch einfach. Ich kriege die Tasse jetzt eigentlich fürs Klippen und erstmal irgendwie hier viel holen. Ich muss aber fliege mal an dem Knopf nicht eventuell doch mal bezahlen und reisen durch. Ich muss nach dem Knopf nicht wegfinden. Ich will das nicht. Ich will das nicht wegnehmen jetzt. Hm. Das ist jetzt cool. Es verbraucht also ganz schön viel, wie es scheint. So, Freunde, was ist denn das? Was ist denn das bitte da für eine kleine Furzwinsel? Was ist denn das? Was ist das? So kann ich mich sehr... Ja, super. Und da bin ich jetzt fünf Jahre drauf zugesprungen. Das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist doch nicht die ganze Insel. Ich bin jetzt, bin jetzt tatsächlich ein bisschen baff. Ich bin nicht mehr hier in den Wracken. Ich werde übrigens nie wieder zurückkommen. Das war diese Insel da. Ich habe es aber keine Ahnung. Ich glaube, das war so eine schlechte Idee. Ich glaube, ich werde gleich einfach mal laden. Dann haben wir uns nämlich ein bisschen die lange Juckelei hier gespart. Tolle Insel hier. Toll. Ja, jetzt viele Boote tatsächlich. Und wenn ich da jetzt reinspringe, komme ich denn da? Komme ich denn da? Oder komme ich denn nicht mehr da? So, schauen wir noch mal eben. Eine Engine. Hervorragend. So, was haben wir hier noch? Lecker schon, Hämmer schon. Pocketknife. So, da drüben wir uns auf jeden Fall mal wieder ein Haichchen. Können wir denn jetzt eigentlich auch mit dem Paddel dieses Floß bewegen? Oh ja, super, das geht. Da können wir ein bisschen... Ein bisschen Sprit sparen. Jetzt hier drin auch noch was. Also ich habe die Taschen jetzt schon wieder randvoll hier. Was natürlich an und für sich ein erfreuliches Ereignis ist. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich halt immer noch kein Feuerzeug habe. Und außerdem ein bisschen am Verhunger bin. Weil ich glaube, wenn du hier auf der Insel strandest, dann bist du doch auch echt am Arsch, oder? Super. Einen einzigen blöden Baum mit drei Kokosnuss dran, das war halt. Fantastisch. Könnte nicht schöner sein. Mal gucken wir mal kurz eben, ob hier was drin ist. Und wenn wir jetzt hier hinten drin immer noch kein, ähm... Kein Feuerzeug finden, dann fürchte ich... Werde ich neu laden. Wenn das jetzt ein bisschen beschiss ist, auch irgendwo. Und wenn das jetzt ein bisschen beschiss ist, auch irgendwo. Alter, was der schon wieder aggressiv ist. Hauks mich auch noch sowas. So. Wieder schön ein bisschen, ne? Am Fisch rumgeschnitzt hier. So, wie fiel denn da aus? Ach, jetzt ist es vorbei. Schön. Mann, 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 immer diese fiesen Haie, ey. Wir haben hier noch. Wir haben hier ein Engine, wir haben Ducktape. Wir haben... Ja, wir haben schon ein bisschen Watt. Wir pocketen euch, da brauche ich aber nicht. Das nimmt doch nur Platz weg. Komm, dann schmeißen wir mal raus. Macht keinen Sinn. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, komm, mach keinen Sinn, da können wir lieber. Darauf spekulieren, dass wir die anderen Teile auch erfinden für den Motor. Wir haben jetzt schon wieder relativ viele. Vielleicht kriegen wir dann zwei Motoren hier dran. Finde ich gar nicht so schlecht. So, wie komme ich denn jetzt an die Kiste da noch? Würde ich ganz gerne schon noch haben. Ich glaube, da kommen wir so ohne weiteres jetzt nicht dran. Da müsste ich jetzt hier drin tauchen gehen, wahrscheinlich. Hm. So, dann würde ich mal sagen, paddeln wir uns mal auf den Weg da hin. Ich weiß, dass ich einen Motor habe. Ich werde den jetzt aber gerade mal nicht benutzen. So, und los geht's. Gut, dann würde ich auch mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Und während ich mich hier auf dem Weg nach Hause paddel gerade mal. Ähm, ja. Ich weiß, ich glaube, ich skipp das einfach bis wir wieder zu Hause sind. Entweder habe ich die Sachen dann noch oder ich habe neu geladen. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich dann spontan entscheiden. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dankeschön für's Zuschauen und den Tag oben nicht vergessen. Tschüss.